So, was läuft da weiter beim Bauerausi? Jetzt werden da die Kürbisse nach Hause geführt. Zierkürbisse können wir nicht mehr verkaufen, das ist vorbei. Der Rest da, der wandert auf den Mist. Ab nach Hause mit dem Wagen. Ja, da ist wieder mal was vorbei. Wir lassen noch einen schönen Speisekürbis draussen. Putternuss, Etanbesse und Zierkürbisse müssen alle nach Hause. Und ich muss auch erlesen, es hat auch schlechte Faulen darunter, die müssen auch nach Hause geführt werden. Und dann ab auf den Mist. Gelöst.